herzlich willkommen hier auf meinem kanal tech crypto jetzt geht es wieder weiter es ist eine neue folge für die anfänger von einer reihe crypto grundlagen im letzten video haben wir thema coin market cap behandelt und warum das so wichtig ist und wie viel informationen man daraus bekommt gerne hier abchecken kam auch sehr gut bei euch an hat mich wirklich gefreut wenn ich euch da ein mehrwert bieten konnte wenn euch dieses video jetzt gefällt denn dass ich sage es so wie es ist es klingt einfach und das ist einfach das sind die zwei beziehungsweise ich kann euch noch ein weiteres zeigen das ist recht ähnlich zu dem einen indikator zwei grafiken mehr braucht man nicht wenn man wirklich hordler ist okay denn wir müssen wissen als hordler haben wir nehmen wir uns extrem viel risiko raus weil wir einfach die zeit spielen lassen wir gehen auf langfristigkeit und damit natürlich im finanzmarkt gibt es millionen sachen die man machen kann so viel indikatoren auch schritte haben wirklich kann man sehr viel berechnen mathematisch und es ist unfassbar wie viel es da gibt als hodler nehmen wir uns wirklich den ganz einfachen weg und sagen hey ich nehme mein geld und ich brauche das nicht in den nächsten drei monaten ich lasse es liegen egal zu welcher marktphase stock auf wenn es gut ist und somit profitiere ich langfristig im markt und so tatsächlich auch leute die traden sind meistens unprofitabel als die leute die einfach nur halten denn wir wissen man sollte nicht unbedingt mit emotionen im markt reingehen gut ist aber die frage wann steig ich denn jetzt ein solches einfach dollar cost average und da habe ich wirklich zwei extrem wichtige extrem krasse indikatoren deswegen wenn dir das hier gefällt gerne ein like geben damit support ist du den kanal und hilfst zu wachsen gerne einen kommentar schreiben wenn du das hilfreich waren das nicht wird sagen wir starten sofort weiter denn ich will euch auf gar keinen fall auf die lange folter sparen wichtig ich bin kein anlagenberater dieses video dient er lediglich als informationsquelle und jetzt kommen wir aber erst mal mit den informationen ja und zwar was bedeutet denn hodl überhaupt hordel bedeutet ja es ist ein bitcoin meme das aus dem tippfehler des wortes hold bestand also halten und das charakterisiert sozusagen die einstellung der anleger den kryptowährungen den bitcoin dauerhaft zu halten ja und das ist natürlich auch auf alle anderen kryptos einsetzbar sozusagen betitelt man sich dann als hodler also hold on for dear life sozusagen das halten auch bei starker markt volatilität und schlechter markt performance ey und wir sind gerade in einer schlechten markt performance deswegen ist das video doch perfekt für jeden und hier schauen wir uns mal den ersten indikator an die leute die meine videos verfolgen die sehen okay ich beschäftige mich oft mit dem vielen greed index und baue den eigentlich immer mit ein warum das ganze und zwar ist es so der markt kann in zwei gruppierungen eingeteilt werden beziehungsweise die emotionen und zwar in angst und in die gier deswegen vier and greed index den gibt es auch für verschiedene sachen hier für den bitcoin schauen wir uns den an bei look into bitcoin und wir sehen hier den das folgende wir sehen den bitcoin preis und grün bedeutet natürlich dass die menschen gierig sind und rot bedeutet dass die menschen extrem angst haben das ist auf die marktphasen zurückzuführen und derzeit wie wir sehen befinden wir uns bei einem vier and greed index von zehn und das ist wirklich extrem wenig wenn wir uns das mal anschauen der bitcoin preis der letzte zeit der wirklich stark gesunken und bei zehn wir sind zwar noch zweistellig aber wir sind ein punkt vor einer einstelligen summe und das ist wirklich extrem krass und das ist tatsächlich auch ein bisschen ein trend wendepunkt wenn man sieht die gier übersteigt klar es kann immer weiter nach oben gehen aber sobald die gier bei 93 ist dann bahnt sich schon ein abverkaufsszenario an wie man hier sieht und wenn die die angst sehr niedrig ist wir müssen mal hier sehen ist hier was bei 19 dann kommt auch wieder ein anstieg bis die gier wieder übersteigt die leute sind gierig die leute schreien auf einmal nach all time high über all time high also nach kursgewinn über kursgewinn je bei 63.000 war die gier dann schon recht hoch auf 84 die leute schreien bitcoin nächsten monat 100.000 bitcoin nächsten monat 100.000 und was passiert in den meisten fällen denn das ist einfach das gesetz der masse die masse liegt niemals richtig und wenn die ganze masse schreit hunderttausend hunderttausender bitcoin über nächsten tag beispielsweise dann sieht man ja ein downtrend und jetzt sind wir tatsächlich dort angelangt bei einer extremen angst das heißt viele anleger besonders die sich nicht viel mit krypto auseinandergesetzt haben institutionelle die gehört haben bitcoin ist so und so viel gestiegen der würde nur noch weiter steigen gehen dann da rein sehen dann den preis und haben angst es auf null geht warum weil sie einfach keine ahnung haben was bitcoin ausmacht und was generell krypto ausmachen dass krypto eben doch volatil ist ja und deswegen bahnt sich da extremer angst an leute verkaufen die masse verkauft die masse hält nichts mehr von bitcoin die masse redet nicht mehr über bitcoin und genau da ist es als anleger wirklich schlau natürlich sich zu informieren nicht einfach blind links ins messer reinzulaufen aber da ist es wirklich schlau die optionen zu nutzen denn ein vielen greed index von 10 wenn man den im bullmarkt sieht und die preise die jetzt gerade da sind teilweise cardanos gestern im kurseinbruch von 30 40 prozent eingebrochen und heute haben 30 prozent wieder gestiegen das ist so unglaublich volatil und extrem viel auf emotionen basiert und genau deswegen ist dieser vielen greed index ein wunderbarer anhaltspunkt wirklich wir sehen es ja auch hier vielen greed index von 11 und dann ging es extrem nach oben das heißt jetzt nicht dass wir übermorgen dann gleich durch starten so wie es hier dann der fall war beispielsweise aber wir sehen auch hier ebenfalls ein greed index von 95 eine übertriebene gier leute haben geschrieben bitcoin wird jetzt hier im fall von 2019 war auf 13.000 leute schreien jetzt bitcoin auf 40.000 beispielsweise aber wir sehen genau da geht es dann auch wieder nach unten und deswegen finde ich diesen indikator extrem einfach extrem übersichtlich damit kann man wirklich nichts mit falsch machen und jetzt kommen wir zu einem zweiten indikator und zwar der logarithmischen kurve von bitcoin okay folgendermaßen es ist natürlich so ganz kurz gesagt wenn eine aktie ein asset noch klein ist dann ist es volatiler und wir sehen hier ist eine riesige volatilität auch wenn wir hier gerade bei preisen sind 2011 von zwei dollar und 16 dollar und sonst was aber hier ist einfach eine riesige volatilität immer noch und das sieht man ja ebenfalls und wie wir sehen im laufe der jahre wird das immer kleiner das ist genauso wie bei apple apple ist jetzt gar nicht mehr so volatil weil apple einfach ein riesiges asset ist extrem viel vertrauen von sehr vielen anlegern hat und auch wirklich extrem gute produkte hat ich muss hiervon nichts erzählen ich arbeite an download apple produkten ich bin absolut zufrieden ja aber apple war natürlich auch mal klein apple war auch volatil apple ist im verlauf des gesamten kurses seit der existenz dreimal um 80 prozent gesunken bis sie jetzt standen wo sie jetzt sind und deswegen ist auch beim bitcoin das jetzt auch gerade vollkommen normal und wie wir sehen diese bitcoin logarithmic growth curve ist hierbei so wichtig und so krass weil zum endeffekt wirklich sehr gut die tops beschreibt wo man hinkommen kann und die los beschreibt wo man hinkommen kann und hier sieht man eben wo man hier oben war kann man sagen okay weiter hoch kann es jetzt gar nicht mehr unbedingt gehen natürlich mit der zeit können wir auch höhere kurse sehen aber diese logarithmische kurve zeigt wirklich perfekt wo man einsteigen kann wo man verkaufen sollte ja man sollte tatsächlich auch mal verkaufen und gewinne realisieren beispielsweise hier wir sehen perfekt angekratzt und dann ging es auch genau wieder nach unten hier perfekt angekratzt geht es wieder nach oben zur mitte dann geht es mal wieder nach unten hier ist tatsächlich ein zeitpunkt wo wir hier reingebrochen sind das heißt wir sind unter die kurve gebrochen ja das kann auch passieren wir sehen es auch gerade hier bei uns in dem fall wir sind hier gerade unter die kurve gebrochen ist aber auch gar kein problem weil das ist wie gesagt eine kurzfristige sache und langfristig werden uns hier wieder einpegeln und was bedeutet denn das jetzt für uns investoren es bedeutet stand heute könnten wir rein rechnerisch und rein logisch ein bitcoin preis von 117.000 dollar sehen und da sieht man auch das potenzial das man hat und hier zum beispiel 2018 bei der preis bei 16.000 dollar und der preis der logisch angenommen werden kann lag bei 19.000 dollar das heißt es bringt eigentlich kaum was den bitcoin hier zu kaufen man hat extremes risiko wenn man sieht der bitcoin ist dann wieder auf 3000 gefallen und ich finde damit kann man extrem gut den markt vorhersehen man braucht wirklich nicht mehr wir können auch ganz einfach zur vereinfachten darstellung dieses tool hier sehen das ist sehr ähnlich wie man sieht ja die ganzen tops und bottoms kann man hier ebenfalls sehr gut sehen ja wir sind hier natürlich am anfang mal ausgebrochen das kann immer mal passieren aber es gleicht sich wirklich sehr stark an und zwar sehen wir folgendes den bitcoin preis das ist der blaue den two year moving average und den two year moving average times five also mal fünf ja das grün ist natürlich hier der two year moving average und das rote skaliert mal fünf sozusagen wie wir auch lesen können es ist ein chart für die langfristigen halter was sind langfristige halter die hodler also wir deswegen ist das ein unglaublich guter chart glaubt mir das einfach und er sagt eben folgendes aus was wir lesen können kaufe bitcoin wenn der preis unter der zwei year moving average also unter der grünen linie ist schaut mal schaut mal wir sind unter der grünen linie klar kann es sein dass wenn wir jetzt beispielsweise 1000 euro in den bild kann reingehen dass dann auch weiter nach unten fällt sagen wir aber gar nicht bitcoin sagen wir mal ein gutes projekt wie wie chain klar kann sein dass wir noch 50 prozent abgestraft werden vollkommen normal wir wollen ja aber nicht übermorgen oder in einem morgen verkaufen wir wollen es langfristig halten und da sind eben genau die preise die uns später irgendwann extrem nach oben befassen werden beziehungsweise schießen werden und als langfristiges tool nehmen wir eben extrem viel risiko mit raus und deswegen ist dieser indikator wirklich top wir sehen wir sind gerade unter dem grünen und das heißt nichts dass man nur kaufen sollte wenn man hier unter dem grün ist klar hier ist zum beispiel auch ein guter preis gewesen aber einfach mal so hier wir können ja nicht wissen was übermorgen passiert wir können nicht wissen wo der bitcoin preis genau bei einem jahr steht wir können immer nur schätzen und unsere annahmen treffen aufgrund von historischen daten oder logischen konsequenzen aber das hilft einem extrem gut und hier zum beispiel sehen wir auch wo das top gekommen ist beim bitcoin dann könnte man auch erstmal hier verkaufen weil der bitcoin kann nicht auf einmal extrem weit darüber brechen und wir sehen ja auch eine gute korrektur und auch hier eine längere phase des bären marktes wo es auch unter der grünen linie ist das heißt es kann uns auch genauso wie hier nochmal erwarten oder hier ja das war es eigentlich schon natürlich wir können hier ich werde euch mal alles verlinken dass ihr euch da auch selber immer up to date halten könnt es gibt verschiedene market cycle charts für verschiedene für verschiedene anwendungsbereiche da können wir hier mal ganz kurz durchscrollen ja das hier two year moving average multiplier und vielen greed index sehr interessant auf jeden fall besonders für die hordler okay ich hoffe wirklich dass du hier was rausnehmen konntest wenn du hier mehr was rausnehmen konntest gerne ein like geben und auch mal runterschreiben ob dir das gefallen hat denn ich bin ich freue mich mal sehr auf feedback dass ich auch irgendwo einen anhaltspunkt habe was gut ist was nicht gut ist genau ansonsten wenn ihr noch weitere fragen habt wenn ihr anfänger seid dann gerne eure fragen in die kommentare da werde ich auch gerne ein video dazu machen denn ich möchte die reihe auch weiter fortführen und wir haben ja auch gesehen es gibt viele viele weitere indikatoren die auch interessant sind und auf die man sich auch berufen kann natürlich muss man die auch ordentlich analysieren können falls ihr da fragen habt dann gerne in die kommentare rein ansonsten würde ich mal sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video Peace out Outro